noch heißer ich überbringe gute neuigkeit wir erleben den anbruch eines neuen goldenen zeitalters und reichen wir nicht nur lediglich überleben da gedeihen wir und obwohl ich eure bemühungen geleitet habe war es eure eigene stärke durch die ihr den neid der ganzen welt auf keine tomaten dabei verdammt noch vor allem beneidet man uns um unsere siege im kampf um die freiheit es ist letztendlich dass diese freiheit die unser aller ziel daher frage ich zur feier dieses kampfes meine treuen arbeiter wer unter euch ist bereit für die freiheit zu kämpfen hallo hier ich wird ich sie stehen für den traum dass die arbeiter ihre freiheit erlangen und wir eines tages alle gefahren dieser alle anderen können können zum glück reden die nicht alle gleichzeitig feitra im stahlwerk ok die bosse sind alle gegen sie du im loch kämpfen ich auch nicht bin schon auf dem weg dahin ich habe richtige neuigkeiten ok was geht's wichtige neuigkeiten ähm ok geht doch mal zurück redet doch mal weiter ok da ist eine verschwörung in der gange wo ist denn die gute irgendwas da sollen wir uns jedenfalls melden und das werden wir dann auch gleich tun als guter sklave machen wir das natürlich sofort es ist aber auch laut in diesem stadt da ist sie die muss das sein nein das ist bone die muss ein fit sklave muss ich denn hier hin hallo oben unten links rechts sagt doch mal einer was das da oben geht das rein deswegen auch dieser lustige aufgang hier hinten geh doch mal weg hier müssen wir hoch schätze ich nein wir müssen noch höher ist das hier wo ich jetzt durch muss ok ja ich geh ja schon ich will mich aber melden freiwillig verdammte Axt ich komm da doch sonst nicht hin Arena und Downtown geht's hier lang ich muss doch da oben irgendwie reinkommen da muss ich hin komm ich da irgendwie hoch äh sieht nicht so aus ja toll dann will man sich mal freiwillig für so einen Mist melden und dann kommt man da nicht hin hm vielleicht von der anderen Seite das muss da oben muss das jedenfalls sein naja schaufel du mal schön weiter da verdammte Axt ähm die vielleicht durch öffnen Tor Arena ah ja du bist also dieser bescheuerte Hewi der sich dafür gemeldet hat im Loch zu kämpfen hab ich recht komm doch mit na dann geh doch mal runter Phaedra wartet schon auf dich geht das hier lang da geht das lang haha öffne die Tür da ist Faedra glaub ich ja das ist sie doch sag mir einfach wenn du kämpfen willst ich organisiere alles du stirbst du stirbst dann kommt der nächste Idiot rein spaziert und das Spiel wiederholt sich na da glaube ich nicht ganz dran willst du mitmachen dazu ich bin mir sicher der Tod ist besser als dein Leben hier drin ja auch in der Regel das ist ganz einfach wenn die Tore aufgehen kämpfen sie wer am Schluss übrig ist hat gewonnen ok wenn die Tore aufgehen werden auch gleich die Fässer reingeworfen du musst deinen Gegner töten bevor du an der Strahlung stirbst ja das ist ja mal schön du solltest dich nicht zu lange in der Nähe der Fässer aufhalten ach ja bist du wirklich bereit zu sterben ja na das werden wir gleich sehen ja das werden wir gleich sehen weißt du soweit bist dann komm einfach herein ja das hier scheint das Loch zu sein habe ich noch Waffen muhahaha ich habe noch Waffen sie werden kämpfen sie werden sterben und alles nur für euch zu eurer Unterhaltung ja dann mach auf zum glück sind wir doch sehr versiert mit unserer und für Sparta so wie viel gibt es jetzt hier kommen da jetzt noch mehr und es steht nur noch einer jawohl einer liebe Freunde was für ein fantastischer Kampf wie weit wird dieser Sklave gehen Mensch sehr beeindruckend Sklave das waren ein paar der härtesten Hiwis die es hier gibt okay du hast Kampfgeist aber ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen Escher hat sich für deinen nächsten Kampf sicher was ganz besonderes ausgedacht na dann wollen wir doch mal sehen hier ist was gegen die Red Belastung genieße es solange du das noch kannst komm wieder wenn du zu deinem nächsten Kampf bereit bist die Strahlenbelastung ist zurückgegangen das nehmen wir mit Knochensäge kann man auch mal benutzen leere Spritzen werden wir erstmal einpacken ja ich würde fast sagen wir machen gleich weiter ja will ich okay ein paar Sachen für dich bereit ja das sagst du mir jetzt welcher spinnt der spinnt naja du schon wieder ja will ich ich würde mich an deiner Stelle diesmal ausgezeichnet das höre ich gern nur zu dann wollen wir mal sehen ob sich der Nullling gegen diese eingefleischten Kämpfer behaupten kann lasst ihn frei auf in den Kampf nicht die 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 auch mit. Die Wehrbrüder sind tot! Erstaunlich! Die sind neuliche Zukunft, meine Freunde! Und das war's auch schon. Was hat er uns denn... Oh, schmiesische Sturmgewehr, zwei Stück. Flammenwerfer? Ja, das hat doch was. Kampfflinte. Todeskrallenhandschuh. Das ist nicht so wirklich meine Liga. Die werden wir mal reparieren hier. Damit wir vielleicht noch ein Strahlenresistent 15. Die ziehen wir erstmal an. Nicht übel, Kuli. Wirklich nicht übel. Die Wehrbrüder waren hundsgemeine Mistkerle. Naja. Noch ein einziger Kampf und du wirst frei sein. Aber an deiner Stelle würde ich mir keine Hoffnung machen, den nächsten Kampf zu überleben. Okay. Hier ist eine Spritze gegen die Ratbelastung. Komm wieder, wenn du zu deinem letzten Kampf bereit bist. Einmal schnell speichern. Du schon wieder? Du willst wohl Nachschlag, was? Ja, ich kenne deine Texte. Dies wird dein letzter Kampf. Du trittst gegen Kruber an. Er ist einer der ganz wenigen Sklaven, die je im Loch gesiegt haben. Bisher schafften das erst, äh, wie viele? Drei? Ich glaube, er hat Blut geleckt. Zu deinem Unglück hat er aber eine ziemlich gute Schusswaffe. Dies wird also... Ja, ja, sicherlich. Dann mal los. Ausgezeichnet, das höre ich gern. Nur zu! Schnell speichern und hinein hüpfen. Unbesieg im Loch. Sucht Kruber immer noch nach einem würdigen Gegner. Ja, äh, geht's da mal los? Das ist dein Ende, mein Bester. Jawohl, Infiltrierer, Metallherrn, nehmen wir alles mit, alles meins. Und Gruber geht zu Boden. Jawohl. Ein neuer Sklave erhebt sich aus dem Dreck. Heißt ihn herzlich willkommen. Ja, das tue ich. Wenn das nicht der geborene Schrottsammler ist, herzlichen Glückwunsch. Hervorragende Arbeit. Asher will ein Treffen. Die Wachen werden beiseite treten. Das ist schön. Jetzt muss ich aber erstmal schnell zusehen, dass ich hier... Kriege ich die repariert? Die kriege ich bestimmt repariert. Die gefällt mir. Die kriege ich bestimmt auch repariert. Jawohl. Das sieht doch alles sehr gut aus. Jetzt bin ich auch nicht mehr ganz überlastet. Den können wir auch nochmal schnell reparieren. So. Und? Beeindruckt? Vector. Gib dir gleich Vector. Wie sieht denn dieser schöne Infiltrierer jetzt überhaupt aus? Was hat diese... Ja, das ist diese schicke Waffe. Oh, die gefällt mir. Die gefällt mir besser als die Marksman's Dream, muss ich sagen. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Hallo? Ich soll mich mit eurem Chef treffen. Wo muss ich da hin? Ich bin doch bestimmt hier hinten, wo ich nicht durch konnte vorhin. Da geht das bestimmt lang. Zu dritt genehmigt.